Hey Freunde, heute eine Fontäne im Test und zwar die Burning Heart von Niko. Ist eine Firmenbau-Fontäne, brennt 70 Sekunden und hat eine NEM von 141 Gramm. Preislich war sie 4 Euro und dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal raus und testen die Burning Heat oder Hard von, ja ist Hard, nicht Heat, Heat ist was anderes. Burning Heart von Niko. Bis gleich draußen zur Zündung. So Freunde, wie versprochen, das Burning Heart bzw. das brennende Herz. Schauen wir mal wie gut das ist. Wolle ich jetzt mal mit dem Hartz IV Feuer. Schauen wir mal wie gut das ist. Schauen wir mal wie gut das ist. Aber ich muss sagen, für 4 Euro hat sich die jetzt relativ gelohnt. Und vor allen Dingen, das ist kein starkes Quackling. Das ist ein schönes, leises Quackling. Also mal eine Batterie, die nur Cyborg-Quackling hat. Das ist ein schönes, leises Quackling.